Durch die Auswertung dieser Daten kann ich ganz exakte Angaben machen. Die Bewohner motivieren, nur 10 min zu lüften. Automatisches Energiesparen und eine zentrale Steuerung übers Tablet. Das ermöglicht Provedo. Heizung, Beleuchtung, Verschattung, Sicherheit. Das System deckt alles ab. Gerade in größeren Wohngebäuden, wie hier im Mehrgenerationenhaus-Lebenszeit in Jena, entlastet Provedo so die Bewohner. Und deren Geldbeutel. Denn mit dem intelligenten System lässt sich viel Energie einsparen. Alleine bei den Heizkosten beträgt das Reduzierungspotenzial 32%. Nicht alle Menschen in dem Haus, das Mandy Oberländer leitet, sind so technikaffin. Doch auch für sie hält Provedo Lösungen bereit. Ansonsten läuft das automatisiert und ist sehr bewohnerfreundlich und altersgerecht. Einmal installiert, reduziert Provedo dann sofort den Energieverbrauch. Wir haben die Möglichkeit, unsere Daten aus den einzelnen Zimmern in den Keller zu liefern und dort am Vorregelkreis das Heizungssystem zu regulieren. Also es wird gar nicht erst Energie erzeugt, die im Haus rumgeschickt wird. Eine wegweisende Idee mit großem Potenzial. Wenn Sie sich überlegen, dass man bis zu 30% Energie sparen kann und das in allen Wohnungen, die automatisiert sind, dann kann man schon einiges an Energie, an CO2 und natürlich an Geld sparen. mit dem Haus um im Haus. Das ist eine kleine Frau. Also ist das eine kleine Frau. Das ist eine kleine Frau. Vielen Dank.